Hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir nur temporär erhalten können. Und zwar haben wir hier das Mount Kompassrose und dieses kriegen wir während eines Events. Und zwar haben wir hier das Event 10. Jubiläum von Hearthstone. Und hier können wir innerhalb von einem 1 Wochen Zeitraum dieses Mount uns erfahren. Wo kriegen wir es her? Naja, wir müssen einfach einen Boss umklopfen, der in drei verschiedenen Spawnpunkten spawnt. Einmal kann er hier in Valdrakken spawnen, und zwar hier etwa auf den Koordinaten 62, 67. Dann kann der einmal in SW spawnen, und zwar in Sturmwind, etwa hier hinten ist der zweite Spot. Und mir wurde auch gesagt, er kann in OG spawnen. Da habe ich ihn persönlich nicht gefarmt, aber der muss irgendwo hier in OG einmal spawnen können. Und zwar ist es so, dass ihr das auf einem Map auch angezeigt bekommt. Und der Spawn ist immer zur vollen Stunde, heißt um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr. Und dann habt ihr einmal so einen Portal auf der Karte. Das sieht genauso aus wie dieses grüne Traumportal, bloß dass es in der Mitte gelb ist. Also in OG kann ich euch leider nicht genau sagen, wo es ist, aber einfach aufs Portal achten. Und da kommen dann drei Mobs raus. Wenn ihr den letzten besiegt, das ist ein Goblin, könnt ihr den looten. Und da können dann einige Items drin sein. Ihr könnt das so oft machen, wie ihr wollt am Tag. Und dementsprechend könnt ihr da dann auch das Mount rausziehen. Dropchancen sind aktuell noch nicht so wirklich bekannt. Ich habe aber innerhalb von zwei Stunden das Ganze gefarmt. Schlichtweg deswegen, da man aktuell ein bisschen tricksen kann. In SW ist nämlich das ein bisschen verpackt. Da könnt ihr nämlich einmal ins Tool gehen unter Organisierte Gruppen. Und da seht ihr, da sind einige SW-Gruppen drin. Könnt ihr euch anmelden. Müsste halt bloß schnell sein, weil da melden sich viele Leute an. Und da ist dann eigentlich ständig einer von diesen Bossen am Start. Haut ihr um, geht in die nächste Gruppe rein, haut ihr wieder um. Und nach einer Weile habt ihr euer Zeug zusammen. Also wie gesagt, bei mir waren es zwar doch schon einige Kills. Ich habe das mit mehreren Accounts auch gemacht. Aber nach zwei Stunden war ich tatsächlich durch und hatte dann auch meine Flugscheibe. Das war tatsächlich auch das letzte Item. Solltet ihr das Problem haben, dass ihr irgendwann kein Loot mehr kriegt, liegt das daran, dass ihr von einem Item zu viel habt. Und zwar von dem hier, da könnt ihr nämlich nur zehn haben. Und wenn ihr sonst nichts drin habt, außer die Packung, dann gibt es gar nichts. Wenn ihr halt neun oder zehn habt, bei manchen kriegt ihr zwei. Und dann könnt ihr keinen Loot mehr kriegen. Also die einfach immer mal wieder wegschmeißen. Die braucht ihr auch nicht. Zusätzlich gibt es da auch viele andere Sachen raus. Auch ein Pad, ein Toy und viele kosmetische Items. Aber die hatte ich auch schon genauer in meinem ausführlicheren Video zu dem ganzen Event gezeigt. Da könnt ihr gerne mal reinschalten. Gut, das war es soweit. So sieht die Scheibe übrigens noch aus. Ist auf jeden Fall ein ganz schickes Flugmount mit Hearthstone-Symbol. Und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Videoguide. Sollten Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne. In die Kommentare. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Taylor. Bis dahin. Ciao.